Nice rush of energy. Only for me. Oh, und ich darf natürlich nicht vergessen, immer schön die Steine einsammeln. Die werden enorm wichtig sein gleich. Na gut, enorm wichtig ist jetzt vielleicht leicht übertrieben, aber die werden auf jeden Fall wichtig sein. Steine sind immer wichtig. Hier sind wir übrigens in einer Lehmgegend, die ich gerade auch mal abbauen möchte. Yeah! Lehm, 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 Lehm. Gerade mal gucken. Ja, alles schönster, feinster Lehm. Ich bin unter einem Einfluss von Kaffee und trotzdem dauert das extrem lange, bis sich hier etwas auffüllt unten der Balken. Na ja, gut. So. Noch mehr. Das, opa da, erstmal springen reicht vor. Erst jetzt mache ich nämlich aus dem Lehm, ähm... Warte mal. 15. Da haben wir hier 135 Lump of Clays. Ja, haben wir noch ein bisschen Zeit. Wir rennen. Richtung Hause. Nach Hause. Jetzt habe ich die Steine nicht aufgesammelt. Ich muss die Steine sammeln. Upsala. Hat's da geruckelt? Ganz kurz, aber nur ganz, ganz kurz. Jetzt laufe ich da strax dran vorbei. Da einer... Da... 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 18.09 Uhr. Ja, ich muss hier tatsächlich aufpassen. Die nächste Nacht, die wird echt schlimm. Und eigentlich brauche ich den ganzen Kaffee dafür. Weil ich sehe schon, komm, ohne Kaffee werde ich diese Nacht jetzt nicht überstehen. Ich muss rennen. 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 Und nochmals rennen. Und diese gute Frau hilft mir jetzt gleich dabei, das Ganze zu überstehen, indem ich... Sie erlöse. Immer schön aufs linke Ohr drauf. So, wir sind fast da. Mal gucken, er ist fertig. Jawohl. Jetzt möchte ich Rocks machen. So, wir haben nämlich Lamp of Clay und Small Stones. Daraus machen wir Cobblestone Rocks. Gib Gas, Junge. Äh, ja. Und wie ihr seht, genau dafür brauche ich da noch die kleinen Steine. Oh, ist ja noch mehr Leben. Ist ja geil. Alles platt machen mit Lehm. Huch. Ach, den habe ich schon mal gesehen. So, wir entern unsere alte Hütte und sehen, da ist tatsächlich schon was gewachsen. Und zwar ein bisschen von dem Mais. Ja gut, der Mais ohne Scheiß ist jetzt unwichtig. Der Rest fehlt hier irgendwie. Oh, ich habe nur den Mais gewachsen. Äh, gesammelt. So, dann gehen wir mal rein in unsere Stahltür. Ja, alles, wo alles zusammengebrochen ist. Oh, wei, oh, wei. Das gibt jetzt, gibt jetzt gleich noch was. So, wir müssen nach oben. Weil unten gibt es nichts für mich. Lass mal offen. Dann schauen wir doch nochmal. Haben wir alles leer gemacht. Hier haben wir alles leer gemacht. Hier haben wir den Mold drin gelassen. Das ist sehr schlecht. So, und hier sind die ganzen restlichen Dinger. Zack, alles mitnehmen. Mal reingucken. Ja, jetzt bin ich tatsächlich voll. Süß. So, ich habe einen Stone. Und diesen einen Stone, äh, ja, was ist denn das für ein Scheiß hier? 19 Clay. Locked und leer. Locked and loaded. Jetzt ist tatsächlich alles, alles leer, was hier war. Damit könnte ich jetzt hier verschwinden und mein Bettchen mitnehmen, wenn ich Platz hätte. Wohlgemerkt. Und das sieht irgendwie nicht danach aus. Den Stone crafte ich jetzt einfach mal zu Smallstone. So, damit habe ich noch exakt einen Platz frei für mein Bett. Ähm, ja. Und dieses Bett tue ich hier hin. Oh, blick mal. Und jetzt muss ich zusehen, dass ich Land gewinne. Wenn ich das richtig gesehen habe, ich muss Land gewinnen. Ein Shopping Basket. Ach, wie schön. Ja, ich gewinne jetzt auch Land. Passt mal auf. Und dann nehme ich hier raus. Junge, Junge. So viel Mais und kein Platz mehr dafür. Auf geht's. Richtung Markierung. Ich muss jetzt dringend nach Hause. So, wir haben... Wie viele Steine hatten wir denn jetzt? Zehn Steinchen haben wir nur. Er ist aber fertig mit dem Basteln, ne? Genau. Cobblestone Rocks. 96 Stück. Wie viel hat mir noch? 42 Cobblestone Rocks. Wie viel kann ich noch machen? Noch mal zehn. Ja, hau rein. Und immer schön sammeln. Und sammeln. Und sammeln. Und sammeln. Diese Nacht, die wird übelst. Oh, die wird richtig übelst. Ich sag es euch. Von Nacht zu Nacht wird es schlimmer. Da muss ich jetzt tatsächlich aufpassen. Die werden mich jagen. Sie werden mich suchen. Sie werden mich finden. Und mit zwei Kaffee... Ich glaube nicht, dass ich mit zwei Kaffee irgendwie eine Chance habe, dem zu entkommen. Ich muss dann einfach nur sterben. Oh, oh, oh. Ja, ich höre es schon. Ich muss nur früh genug meinen Schlafplatz aufstellen. Jungs, was seid ihr gemein zueinander? So, es wird spät. Was macht denn der da hinten? Vor allem wo? Irgendwo direkt vor mir. Alter. Zum Glück hat mich der Bär nicht gesehen. Ui, 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 ui. Ich glaube, der hat mich wirklich nicht gesehen. Boah. Ja, hau die Zombies um. Du bist mein Freund Bär. Ich liebe Bären. Hier hat immer so ein schönes, weiches Fell. Er muss mein Freund sein. Du bist mein Freund. Bitte beschütz mich. Please have an eye on me. Ja, was heißt denn beschützen? Auf Englisch. Habe ich irgendwie nicht mehr im Kopf. Nö, nicht so wirklich. So, und jetzt muss ich mit dem ich entscheiden. Wo tue ich hier irgendwo was hin? Mein Bettchen zum Beispiel. Gute Frage. Die ganzen Zombies möchte ich jetzt auch noch nicht anlocken. Das wäre fatal für die Nacht. Ich muss mich extrem ruhig verhalten. Geht gar nicht. Funktioniert nicht. So, ich weiß nicht, ob es jetzt am Tag 14 ist, losgeht oder schon Tag 13 die Nacht rein. Ich hoffe, es ist erst morgen. Ich kann es wirklich nur hoffen, dass es erst morgen ist. So, und zwar das Bettchen setze ich einfach mal da oben. Da hinten. Da setze ich es rein. Weit, weit weg. Der Kaffee ist jetzt leider noch nicht so schnell gewachsen, dass ich sagen könnte, hey, jetzt geht los. Moment mal gerade. Ich schaue mal lieber nach. Der sieht schon so groß aus. Nein, ist er noch nicht. So, wir könnten uns jetzt... Ich weiß, dir geht es schlecht. Noch 40 Minuten. 40 Minutes to go. Bitte, bitte lass es diese Nacht keine Blutnacht sein. No Blood Moon. Oh, weih, 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 ich würde es nämlich nicht überleben. Absolut nicht überleben. So, komm Bettchen. Ab hier nach oben. Ich stelle dich jetzt mal hier hin, wo das große Bett schon steht. Was ich irgendwie... Ja, war ich direkt hier neben? Das ist prima. So. Ab sofort schlafe ich jetzt hier. Wir müssen jetzt ausräumen. Und zwar darf hier nichts verloren gehen. Genau, und eine Kiste hatte ich leer mit den ganzen Molds, 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 Ingots, die Fragments. Genau, die hatte ich hier schon reingeballert. Da. Das Eisen kommt da hin. Eisen, Fragments, Clay. So, shop, shop. Das. Den Clay. Tue ich hier unten rein. Und es wird jetzt hart. Jungs, es wird richtig hart. Passt mal auf. Das ganze Bauzeug tue ich mal hier hin. Oh, shit, Frau Schmidt. Das kommt da hin. Oh, weih, die Eier. Ja.